ja hallo und herzlich kommt zurück zu Let's Play Half-Life 1 mit mir der Mike um wir sind bei der letzten Episode von Soldaten diesmal angegriffen anstatt von den Monstern und ja und gehen jetzt mal mit dem Aufzug nach oben mit dem voll fetten langsamen Aufzug nicht ich bin in der Oberfläche Alte Schwede nur Soldaten musst du eine Granate werfen so jetzt war ich immer ja komm schau das muss doch ich bin erst mal in der Oberfläche und werde angegriffen ich bin erst mal in der Oberfläche und werde angegriffen Schöße Schöße der war auch gestorben was war das? was ach gekrumm oh lol aber bevor das Zwischenspeicher ich hab gerne oh granate stirbt nicht die beyart gehmeier ich hoffe jetzt kommt keine Granate mehr wieso runtergehen ich check nicht wieso runtergehen aber keine Wahl weiher Aufladen ring 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 boah hat das voll kein Saftchen alter das hier folgt ich wieder heilen so komm schon so jetzt mach ich lieber den Zwischenspeicher da hab ich nicht alter 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 denn geht die runter und ja Nein! Was war das denn? Oh mein Gott, eh. Da kommen wohl noch mehr Soldaten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Hup. Nach unten gehen. Wenn ich unten angekommen bin. Oh nee. Und schnell, will weg. Hup. Hup. Willst du mich verarschen? Nein, konst du mich an? Hup. Kann ich dich nicht kaputt machen? Hup. 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 Musik. Politiker. Hup. 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 Werner gar nicht wie das passiert ist. nicht wie du mich hier wieder aus kommen gefilmerein gar nicht check ich das ist hier kein geld ist kein ende hier Tja, nicht alle Wissenschaftler, ha? Mal leben. Kann man die auch noch ausgeschalten? Kann man da weiter? Nee. So, schade. Mal bleiben mal mit der Waffe. Alle wissenschaftliche Mitarbeiter haben die Zwecksverhörung sofort in der Oberfläche hinzufinden. Nein, 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 nein. Ach, geh kommen. Das war ein Witz sein. Muss ich den ganzen Scheiß wieder allein? Nein, 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 nein. n so spiel speichern woher um do we come with your water and then fuck scheiße die ich jetzt weiter weichter die die heute älteren sich ein Schauwler in den Weg verheiratet ich habe nur noch sieben Dings. Ich komme hier raus eigentlich. Ja, je, Mini. Hm, ich frage mich. Bäm! 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 Oh Mann, es werde ich sicherlich überleben mit 7 hp. Gefühle da Terrenke kaputt machen... ja natürlich nicht spiel aber ich was vielleicht übersehen oder so es kann nicht hier einfach so weitergehen was piepst du eigentlich die ganze Zeit treufe ist habe ich das jetzt gerade durch das gerade zuerst mal zwischen speichern schickte schickte die Romo tun so soll aber wenn mit mir verarschen ganz nicht schon wieder NAMYAMLINI wie Sie da hinkommen, aber irgendwo soll hier noch ein altes Schienensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist, irgendwo hinter dem Silo-Komplex. Wenn Sie es schatten, durch das Raketen-Test der Ruhr zu kommen, könnten Sie vielleicht durch den alten Tunnel schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftreiben, falls da überhaupt noch jemand am Leben ist. Den Leuten da können Sie vertrauen. Sie können uns allen vertrauen. Viel Glück. Danke. Und das machen wir gleich bei der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich. Und ja, tschüss.